Musik Selbst ein bisschen Nahrung besorgen, so ein bisschen ursprünglich, das finde ich noch cool. Und eben so ein bisschen Schatz suchen, das Feeling, das es gibt, das finde ich das Spannendste daran. Und ich habe Pilze gerne. Wolltest du eigentlich sagen, was ist so eine Art wie der coolste Fund, den du schon gemacht hast? Ja, das war schon der Trüffel. Trüffel so einfach mit den Händen ein bisschen rumwühlen und dann den Trüffel ausgraben, das war schon speziell. Und eben einmal habe ich so einen 2kg Steinpilz gefunden. Es war halt nicht mehr so schön, aber es war einfach so gross, es war auch speziell. Ja und die Parasole letzte Woche, an denen hatte ich auch sehr Freude. Ich habe eigentlich an allem Freude, das ist das Gute. Ich lasse mich sehr schnell begeistern bei solchen Sachen. Der ist jetzt auch schön gross, oder? Ja, warte mal schnell. Ich habe Verwandte aus Italien, die sehr gerne Pilzen und immer viele finden. Wenn ich wieder zum Pilzen kam, bin ich durch den Grossvater meiner Frau. Ja, da waren wir im Tessin und sind ein bisschen gepilzen. Und dann habe ich einen schönen Hexeröhrchen gefunden. Und den haben wir dann gegessen. Und dann hat es mir ein bisschen angefixt. Ich habe einfach dann selber ein bisschen recherchiert. Mein Vater, sein Cousin, war ein guter Pilzler. Wenn ich es früher noch nicht gewusst habe, ob es ein guter ist, habe ich ihm gezeigt. Und jetzt habe ich die Pilzkontrolle und dort aufgeschnappt, was sie so sagen über die Pilze. Ja, und sonst so ein bisschen learning by doing. Ist auch schon ein bisschen weich. Ist wahrscheinlich nicht mehr schön. Ich fokussiere mich so ein bisschen auf ein paar wenige, wo ich der Meinung bin, ich kann es wirklich eindeutig identifizieren. Und wenn ich mal ausprobieren möchte mit Kindern oder so, dann nehmen wir mal einfach einzelne Exemplare von anderen Pilzen, die wir finden, die wir nicht kennen und können es zeigen. Und in der Regel sind die meisten giftig oder ungeniessbar, wenn wir sie jetzt gefunden haben. Also konzentriere mich hauptsächlich auf die, die ich nicht kenne. Am liebsten mit meinem Hund zusammen. Dann würde ich gerne mit ihm zusammen Trüffel finden und das irgendwie möglich ist. Wir sind jetzt ein bisschen am trainieren zu Hause. Weil wir jetzt eben jemanden kennen, der den Hund wirklich sehr gute Trüffel findet. Das ist sehr lässig. Da bin ich einmal mitgegangen und dann haben wir irgendwie in einer Stunde einen halben Kilo Trüffel gefunden. Sommertrüffel. Und so wie es aussieht, den finde ich im Herbst auch nochmal mit. Und da finden wir vielleicht noch ein bisschen Herbsttrüffel. Zuhause funktioniert das schon recht gut. Ein kleines Stück Trüffel, das man dann einfach versteckt und dann ein Kommando geben, das man sucht. Und das findet ihr also auch in den Turnschuhen, die ja auch schon schmecken. Von daher, also die Nase hat er. Und es ist mehr die Frage, ob man sich genug darauf konzentrieren kann, wenn wir draussen sind. Weil halt sehr viele Trüchte herum sind und so. Aber ja, das wäre schön. Das würde klappen. Willkommen. Wenn ihr da ist, dann noch ein Bip-Bip-Bip-Bip. Wenn wir da, wenn wir ins Ein Kampf Presse, um. Schaudern und ein Bip-Bip-Bip-Bip-S 댄schen. Vielen Dank.